ja hallo hier ist wieder krillo ich heiße euch willkommen zurück zu transport fieber 2 das hier ist ein tolles beispiel dafür da legen wir heute direkt mit los ihr habt es mir in den kommentaren geschrieben wie umständlich sehe ich es mir manchmal machen wenn ich überlege dass ich mich so gequält habe diese brücke zu bauen anstatt dass ich die straße einfach hier entlang gelegt habe das ja wie kerstin so schön schrieb wenn es zwei möglichkeiten gibt irgendwas zu machen ich nehme immer den komplizierteren das hat sich hier eindeutig bewahrheitet ja es gab eine frage zu den zu der wirtschaftlichkeit der linien da können wir hier mal die beiden buslinien in pose muckel uns anschauen es fahren fast gleich viele busse die eine ist aber etwas ertragreich also ist nicht viel aber es ist ein bisschen das gleiche können wir uns vielleicht auch mal hier für twist anschauen da haben wir auch zwei da ist der unterschied auch nicht so gravierend aber die mit jeweils weniger fahrzeugen ist dann doch die besser funktionierender zumindest im moment der zustand von mehreren fahrzeugen ist sehr schlecht kümmern wir uns gleich darum beginnen möchte ich mit einem problem wir haben ja hier die linie erzeugt um die lebensmittel nach pose muckel zu bringen aber aus irgendeinem grund funktioniert das nicht der zug läuft entsprechend ich habe schon überlegt ob es daran liegt dass wir hier nur ein eine linie cargo haben also diese cargo plattform das wort habe ich gesucht deswegen werden wir jetzt mal hergehen und hier noch eine dazu bauen auch wenn ich das glaube ich dass das keinen unterschied macht wir was trotzdem mal aus ja auch aber eine produktion von 43 ich habe mir auch hier schon die abnehmer angeschaut das steht halt auch alles noch auf 0 also irgendwas ist hier merkwürdig mit der geschichte vielleicht reißen wir die straße mal komplett ab ich bin das das ja Okay aber die produktion ist auch noch bei 42 und hier ist immer noch nichts eingelagert also das ist wie gesagt was du merkwürdig jetzt auch hier auch eine fehlermeldung also sie ist schon kann nicht von güterfahrzeugen benutzt werden okay dann haben wir den fehler vielleicht schon und moment wir haben hier zwar gütergleise aber jetzt kann natürlich sein dass es grundsätzlich insgesamt ein passagierbahnhof ist und deswegen gar nicht funktionieren kann würde aber noch versuchen hier mal in dem wir ruhig das große hier in den cargo gebäude dran zu packen dann bauen wir die straße hier noch mal neu was sind die anschließen jetzt ist dieser bahnhof wird hier doch jetzt auch als frachtbahnhof ausgewiesen die meldung bleibt aber bestehen okay dann scheint das nicht zu funktionieren was ich hier gemacht habe ist ja auch eine gute erkenntnis wobei mich das schon ein stück weit irritiert aber nun gut dann nehmen wir mal ich will nicht den ganzen bahnhof weiß nur um gottes willen dann machen wir folgendes dann bauen wir eben hier einen der baumhof hin der zumindest so halbwegs optisch hier mit rein passt da braucht es dann jetzt noch rkw station also jetzt noch mal hier die linien überarbeiten lebensmittel pose mucke da kommt das ziel weg und das unser entsprechender zug das war der hier jetzt ist die fehlermeldung auch weg ja schön dann haben wir den punkt behoben und ich vermute mal sehr stark dass dann jetzt in absehbarer zeit sich auch hier die ersten lebensmittel sammeln werden so jetzt beide ist da ja noch ist nichts aber vielleicht geht das erst wenn der zug das erste mal hier gewesen ist dass es dann anfängt zu sammeln wenn das jetzt immer noch nicht klappt ja dann dann weiß ich es auch nicht mehr wer kommt da so jetzt gibt es getreide nachschub jetzt wird produziert aber ist noch immer werden hier keine lebensmittel gesammelt noch immer werden hier keine lebensmittel gesammelt noch ein zweites gleis aber kann mir auch da eigentlich nicht vorstellen dass das das problem ist noch ein zweites noch ein zweites so Signale ja eins zu setzen ist glaube ich quatsch weil der bahnhof hat ja eh ein signal aber wir können und dann müssen wir noch mal eben an die lebensmittel pose mucke so mucke linie ran die soll nämlich hier vorm gleis 2 fahren in der hoffnung dass das jetzt noch mal jeden unterschieden macht aber ich glaube dass auch das nicht hilft hier brauchen wir dann noch buslinien aber das bringt eben nichts solange da noch nichts ankommt ja woran kann es liegen also wenn jemand eine idee hat ich möchte jetzt auch nicht den rest des videos damit verbringen das auszuprobieren irgendwo scheint hier noch der wurm zu sein die ist defekt aber apropos defekt wir hatten einige alte fahrzeuge die wir austauschen müssten nämlich in unserer treibstoffproduktion zug 6 und 5 hier beide ersetzen eine lok sieben kesselwagen ersetzen ich habe im letzten video das fällt mir auch da gerade noch wieder ein ziemlich viel rum gedockt dort mit dem zug depot die züge dahin schicken und die zu ersetzen oder waggons anzuhängen werde ich in zukunft die arbeit will ich mir nicht mehr machen ich werde die züge einfach ersetzt wir haben so viel kohle das ist ja einfach zu kompliziert für das was man davon bekommt so ersetze gewählte fahrzeuge hier werde fuhrwerk auch erledigt und dann haben wir hier noch dreimal 26 27 28 da haben wir die drei auch die ersetzen wir ja wir kriegen es nicht in den griff ich weiß nicht warum also wie gesagt wenn ihr ideen habt haut sie raus hier packe ich noch mal ein oder zwei dazu machen ruhig zwei die das getreide rüberbringen glaubt nicht dass es mit der menge zu tun hat aber ich weiß es eben auch nicht sicher so die linie ist bis borsig werke verlängert die muss dann jetzt bis nach münchen weiter gehen gegen den uhrzeigersinn da ist es auch gegen den uhrzeigersinn ok also die list die linie verträgt auf jeden fall noch ja sagen wir mal drei weitere kutschen borsig werke gegen den uhrzeigersinn so münchen münchen ist der bahnhof doart ja das ist noch aber einer der noch gar nicht erweitert ist da müssen wir natürlich mal als möglich korrigieren entsprechend so 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 wir müssen ja hier noch wieder im bogen Oh. Oh. Oops. Das war's. So, das war doch eigentlich sehr viel entspannter als gedacht. So, bauen wir das auch gleich weiter nach Eckernförde, wenn wir schon mal dabei sind. So, wir gehen hier rum. Dort entlang. Und da hier. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ein bisschen schwieriger das ist schon die hier mit kleineren schritten arbeiten naja es stimmt es geht schon ziemlich steil hier runter das ist wohl so vielleicht könnte man die streckenführung hier schon ein bisschen anders handhaben hier nach diesem so verflucht teuer das ist jetzt hier schon echt der steilste winkel aber so könnte es funktionieren das hatte ich jetzt so so schwierig nicht erwartet das gewusst hätte hätte ich das jetzt nicht so angefangen in diesem video dass das so ein problemwert da habe ich auch noch einen fehler gemacht wir haben letztes stück das gleis an der falschen seite angeschlossen und dort das sieht besser aus und jetzt bin ich sehr geschmackt möchte ganz gerne ein neues fahrzeug ist verfügbar da müssen wir es doch trennen ich habe wahrscheinlich wahrscheinlich wird das gerade auch schon die ganze zeit das problem so jetzt haben wir ein wahnsinnig langes gleis und wir müssen wir müssen auch noch ein paar kreuzweichen bauen so und was ich dann jetzt hier mal gemacht habe mit diesen den namen wieder vergessen mit den doppel kreuzungs weiche ist hier natürlich quatsch was ich dort vorher gemacht habe weil das damit würde man nur folgendes erreichen können wir fahren hier rein und fahren direkt wieder auf das gleiche gleis drauf das ist bei diesen hier natürlich totaler quatsch deswegen machen wir das auch nicht das verteilen wir das ganze wieder in glöcke so wie wir es gewohnt sind ok wir haben schon wieder einige schlechte fahrzeuge die steigung zu groß die steigung zu groß die steigungs damit wir einen gut da machen wir sehen Oh, hm, hm. Hm. das will er immer mit seiner steigung ist zu groß doch zwei Okay. Peace, nice. Okay. es ist aber auch lange linie mein lieber schon versuchen wir das hier noch mal hier geht's schön jetzt heißt es natürlich die entsprechende linie und das ist erweitern aber nämlich in borsig werke immer jetzt das gleis 2 büge eine haltestelle hinzu dann er kann förde genau er kann förde jetzt über münchen über borsig werke und dann sind wir wieder in pose muckel ja da fährt sogar schon der erste das sei ja das täuschte gerade ich dachte hier wäre ein großer knick in den in den gleisen waren wir mal mitschauen uns das ganze mal an so eine berge wie die jetzt gerade wo durch gedüstet die müssen wir auf jeden fall noch mal mit dem gelände tool ran und die begradieren Das gilt für viele Stellen. Habe ich bislang noch gar nicht gemacht, aber das muss auf jeden Fall auch passieren. Das hier wird so eine tolle Strecke für die schnelleren Züge später. Die werden hier einfach noch so wahnsinnig viel besser funktionieren. Oh, 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 oh. Das war knapp. Puh. Das war sehr knapp. So, steht hier denn irgendwo jemand? Nee, das sieht mir noch nicht danach aus. Ich glaube, dass der Bahnhof auch noch gar nicht ans Straßennetz angebunden ist. In München Bahnhof. Ja, es geht direkt weiter. Nutzen wir die Gelegenheit und steigen in München aus. Erstmal müssen wir Schwung Fahrzeuge austauschen. Nämlich, wir haben auf unserer Twist-Pose Muckel die Züge 7 und 8, die wir ersetzen müssen. Und dann nehmen wir natürlich, jetzt können wir es noch vergleichen. 5 kmh schneller, aber deutlich mehr Leistung. und auch eine ganze Ecke mehr Zugkraft, aber auch mehr Emissionen. Naja. So, was haben wir hier? Personenwagen. Wir hatten 3. Ich denke, das können wir auch mal auf 4 erhöhen. Oh, auf 4 erhöhen, ja. So, Bus Twist 12, 13, 18, 19 So. So. 16, 17, 11, 16, 17 Hilfe ist gut, 19, 14, 15, Und das ist, auch wenn das hier natürlich noch die einfache Variante ist, ist das trotzdem doch eher aufwendig. 22 bis 25. Der Rest hier wird auch bald fällig, ist nämlich auch schon oft schlecht. Aber jetzt können wir mal unsere Linien uns hier anschauen. Das schlechteste ist Lebensmittel für Pose-Muckel. Ja, woran das so liegt. Weil da irgendwas nicht funktioniert. So, wir wollten den öffentlichen Personennahverkehr für München ausbauen. Das machen wir zum einen mal, indem wir... Das Ganze... Ne, das gefällt mir so noch nicht. Das Ganze einmal so anschließen. Und hier können wir doch eigentlich auch mit einer... Einfachen Linie arbeiten. Und die können wir auch in beide Richtungen anschließen. Da müssen wir jetzt nicht... Das so, wie wir es sonst machen. Aufteilen. Um... Um... Hier brauchen wir erstmal nichts, aber dann da den nächsten Punkt. So, neue Linie, das ist Russ, München, der im Uhrzeigersinn. So, Stationen hinzu, Zeiger sind es, mag jetzt vielleicht gar nicht unbedingt immer, top, sinnvoll sein. Dann, oder eigentlich dann nochmal vorbei, oder? So, und dann haben wir Russ, München gegen den Uhrzeigersinn. Dann starten wir auch hier. Aber dann fahren wir umgekehrt. So. Fertig, ähm, dann brauchen wir, ne? Hier habt's. So, wir beginnen mal mit. Fünf gegen den Uhrzeigersinn. Und. Fünf im Uhrzeigersinn. So weiter geht's nach Eckernförde. Und da haben wir noch gar keinen Straßenanschluss. Straßenanschluss. hết. Oh, hier ist es... gleich aber anschließend den dort an da zwei stationen und dann geht es hier was hier rum oder hier durch neue linie uhrzeigersinn weil das auch immer so ein bisschen relativ oder an bestimmten stellen dreht das ganze eben und dann nicht mehr immer zwingend im uhrzeigersinn oder auch gegen den uhrzeigersinn den muss ich haben fangen wir da an oder machen wir es genau umgekehrt dort so hier arbeiten wir mal für den beginn mit hier fahrzeugen uhrzeigersinn uhrzeigersinn ja schön und überall beginnen jetzt die leute zu warten die passagiere mitunter sind sogar recht viele die linie ist die müssen wir jetzt umbenennen das ist ja eigentlich gleich twist weg und förder twist natürlich gibt es da zwischendurch viele andere stationen aber ja so und diesen zug hier jetzt da kaufen wir nochmal drei weitere dazu wo wir das richtig sehe starten die gerade von hier ja es ist nie genug errichtet eine linie mit mindestens zehn fahrenden zügen jetzt flutscht es hier aber was man von dem hier noch nicht sagen kann also hier ist nach wie vor wir kommen jetzt gleich zum ende aber das hier ist mir immer noch ein rätsel wir könnten hier noch alles mögliche machen wir können dann seiteneingang machen wir könnten hier noch ein weiteres gebäude mit einem anschluss an machen ich glaube aber auch nicht dass das in irgendeiner form unterschied macht also wir sind hier schon bei 100 prozent produktion aber immer noch bei null versand das einzige was mir jetzt noch einfällt ist den bahnhof hier einmal komplett abreißen gleich mache ich das jetzt gleich nach der aufnahme einfach um es mal auszuprobieren weiß ich ob es daran gelegen hat schlechte nebeneffekte sorge dafür dass mindestens 300 personen an einem bahnhof warten wo warten denn bitte 300 personen und wies nicht wo so muckel nicht in borsig werke auch nicht oder da sind gerade welche eingestiegen dass es gerade 300 waren in münchen nicht annähernd und hier auch nicht auch wie ich mich schon freue hier eine brücke drüber zu bauen herrlich einmal bitte zu steigen und das wird jetzt das letzte sein was wir in diesem video machen wir gehen hier mit auf die fahrt diesen hang hier bergab runter ja cool dann die ganze aussicht hier ne da quält sich der nächste zug hoch ja ok also das ist für heute wieder gewesen ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir ein bisschen viele probleme gehabt haben mit dem guten mit der lebensmittelfabrik ich bin dann nach wie vor ideenlos aber ja schauen wir mal vielleicht habt ihr ja den goldenen tipp ansonsten machts gut lasst gerne ein like da lasst gerne ein kommentar da und schaut auch gerne morgen wieder rein bis bald euer krillo bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.